Ja, hallo! In diesem Video wollen wir trigonometrische Funktionen, also Sinus- und Cosinusfunktionen, durch die komplexe Exponentialfunktion ausdrücken. Um nun solche Formeln für Sinus- und Cosinusfunktionen herzuleiten, benutzen wir die Euler'sche Formel. Die haben wir ja schon kennengelernt. Und diese Euler'sche Formel, die stellt ja einen Zusammenhang her zwischen den trigonometrischen Funktionen und der Exponentialfunktion. Diese Euler'sche Formel gilt ja für alle Winkel phi. Ich kann für phi einen beliebigen Winkel einsetzen. Ja, und wenn ich dafür phi einen beliebigen Winkel einsetzen kann, dann kann ich auch den Winkel minus phi einsetzen. Gut, machen wir das mal. Also für phi setze ich jetzt minus phi ein, dann erhalte ich E hoch minus I phi. Also das minus habe ich direkt nach vorne geschrieben. Und wenn ich hier für phi minus phi einsetze, erhalte ich Cosinus minus phi. Und wenn ich hier hinten für phi minus phi einsetze, erhalte ich Sinus von minus phi. Als nächstes mache ich mir zunutze, dass die Cosinusfunktion eine gerade Funktion ist. Das heißt, es gilt, Cosinus von phi ist das gleiche wie Cosinus von minus phi. Ja, ich kann es ja nochmal eben aufmalen. Das ist die Cosinusfunktion. Hier habe ich den Winkel phi, dann ist das hier minus phi. Und ihr seht, die haben beide den gleichen Funktionswert. Deshalb ist Cosinus phi gleich Cosinus minus phi. Ja, und deshalb kann ich eben statt Cosinus minus phi auch Cosinus phi dahin schreiben. Und dann mache ich das auch mal. Schreibe ich dahin Cosinus phi. Cosinus phi und das hier übernehme ich. So, und das kann auch noch weg. Eine ähnliche Überlegung kann ich hier für die Sinusfunktion machen. Allerdings ist die Sinusfunktion keine gerade, sondern eine ungerade Funktion. Und deshalb gilt, Sinus von minus phi ist das gleiche wie minus Sinus phi. Ja, ich kann es auch nochmal aufmalen. Koordinatensystem, die Sinusfunktion. Ja, hier haben wir den Winkel phi. Hier haben wir den Winkel dann minus phi dementsprechend. Und ihr seht, die haben den gleichen Funktionswert, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Ja, Sinus minus phi ist das hier. Und das ist minus Sinus phi. Ja, also das Minus bewirkt die Umkehrung. Gut, also kann ich folgendes machen. Dieses Sinus minus phi, das hier ersetze ich durch minus Sinus phi. Ja, und das Minus, das schreibe ich nicht davor, sondern direkt hier vor das Gesamte, also hier hin. Dann erhalte ich also minus i mal Sinus phi. Okay, das kann ich hier wieder wegwischen. Als nächstes mache ich folgendes. Ich addiere auf beiden Seiten der Gleichung die Euler'sche Formel. Ja, also die hier oben. Gut, also hier zu dieser Seite muss ich das hier addieren. Dann erhalte ich e hoch i mal phi plus, wo sind wir? Hier, das hier plus e hoch minus i mal phi. Ja, da habe ich also die linken Seiten addiert. Diese linke Seite und diese linke Seite ergibt zusammen das hier. Und jetzt addiere ich die rechten Seiten. Dann habe ich hier Cosinus phi plus Cosinus phi. Das ergibt zweimal Cosinus phi. So, und die linken Seiten, wenn ich die rechten Seiten, wenn ich da weiter addiere, als nächstes kommt dann dieser Term und dieser Term hier. Da seht ihr, die heben sich gegeneinander auf. Hier habe ich plus i mal Sinus phi und hier habe ich minus i mal Sinus phi. Die heben sich beide auf. Also bin ich hier schon fertig. So, jetzt brauche ich nur noch Folgendes machen. Beide Seiten durch zwei dividieren. Und dann habe ich auch schon die Formel für den Cosinus. Also ich dividiere beide Seiten durch zwei und vertauscht direkt die Seiten. Das sieht schöner aus. Dann erhalte ich Cosinus phi ist das gleiche wie e hoch i mal phi plus e hoch minus i mal phi und das Ganze dividiert durch zwei. Gut, das ist schon die erste Lösung. Wir suchen ja eine Gleichung für Cosinus und Sinus und die für den Cosinus, die haben wir schon gefunden. So, um jetzt noch die Formel für den Sinus herzuleiten, müsste ich wieder genauso vorgehen. Ich fange wieder an bei der Euler'schen Formel. Für phi setze ich wieder minus phi ein. Hier, hier und hier. Dann überlege ich im nächsten Schritt hier wieder, was ist eine gerade Funktion und was ist eine ungerade Funktion. Ja, also bis dahin ist das gleich und von hier gibt es jetzt eine Abzweigung. Wir machen mit dieser Gleichung hier weiter, weil wie gesagt die ersten zwei Schritte sind gleich. Und jetzt mache ich folgendes. Ich multipliziere beide Seiten der Gleichung zunächst einmal mit minus 1. Also anstatt jetzt hier weiter zu machen, die Euler'sche Formel zu addieren, zweigig mache ich hier von hier eine Abzweigung und multipliziere die Gleichung erstmal mit minus 1. Was erhalte ich dann? Dann erhalte ich hier, erhalte ich minus e hoch minus i mal phi. Ja, also nur ein Minus davor. Hier kommt dann auch ein Minus vor, also minus cosinus phi. Und wenn ich etwas Negatives mit minus 1 multipliziere, wird es positiv. Das heißt, ich habe dann plus i mal sinus phi. Jetzt wird es knapp. Okay. So, und jetzt mache ich wieder das Gleiche, was ich auch schon drüben gemacht habe. Ich addiere auf beiden Seiten der Gleichung die Euler'sche Formel, also diese hier wieder. Gucken wir mal, was da rauskommt. Also, dann habe ich hier e hoch i mal phi. e hoch i mal phi. Und zu dieser linken Seite addiere ich diese linke Seite. Und das ist dann minus e hoch minus i mal phi. Okay, das war kurz und schmerzlos. Jetzt gucken wir uns diese rechten Seiten an, also diese hier und diese hier. und addieren die ebenfalls. Und cosinus phi plus minus cosinus phi hebt sich gegeneinander auf. Das ist schon mal sehr schön. Und hier habe ich noch i mal sinus phi plus i mal sinus phi. Das ist zweimal i mal sinus phi. So, jetzt brauche ich die Formel nur noch nach sinus phi umstellen. Das heißt, ich muss beide Seiten der Gleichung durch 2i dividieren. Na, ich schreibe es mal lieber hin. Dividiert durch 2i. Beide Seiten der Gleichung durch 2i dividieren. Dann bleibt hier sinus phi übrig. Das schreibe ich jetzt mal auf die andere Seite. Also sinus phi bleibt da übrig. Und auf der anderen Seite habe ich e hoch i mal phi. Minus e hoch minus i mal phi. Und das Ganze durch 2i. Ich habe ja die Gleichung durch 2i dividiert. Und das ist dann auch meine Lösung. Ja, also wenn wir nächstens den Cosinus haben, den Cosinus von phi, dann kann ich den schreiben als e hoch i mal phi plus e hoch minus i mal phi durch 2. Und den Sinus phi kann ich schreiben als e hoch i mal phi minus e hoch minus i mal phi dividiert durch 2i. Ja, jetzt werdet ihr noch fragen, wozu brauche ich das Ganze? Zum Beispiel in den nächsten Videos bei der Laplace-Transformation. Da werden wir das brauchen, wenn wir die Laplace-Transformierte von trigonometrischen Funktionen herleiten werden. Ja, damit sind wir erst mal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Wir machen einfach mal am Ende. Wir machen mal. Untertitelung des ZDF, 2020